so jetzt habe ich drei stück sich davon meine drei in der mitte und die einfach raus nur rum sagen wir nicht muss einen anderen haben dieser kleinerer isolettes kupferkabel das kupferkabel die kupferplatte machen mit den hammer wo ich noch einen seitenschläger wie baue ich den denn drei eisenplatten 22 eisen so nein hä ich doof da bin ich jetzt falsch gemacht ach so, der muss nach unten da 3, da 2 da muss ich die Zange benutzen warte mal, ich muss erstmal ein paar Eisen, ein paar Kupferdinger hier ein paar Kupferplatten machen das ist aufwendig und jetzt, äh, war dann noch mit den Dingern die Kabel habe ich genau, mit der Zange dann die Platten schneiden zack zwölf stück sechs stück, wie brauche ich dafür sechs stück zwei Redstone, hier mal Redstone holen äh, falsche Kiste, ich müsste die Kiste haben nehm 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 ich warte jetzt ja genau davon einen in der Mitte und davon sechs stück zwei Redstone ein elektrischer Schaltkreis so, Basenmaschinenhülle drei Feuersteine und zwei Dingsteine eh, ja Feuersteine habe ich die jetzt hingepackt so da drück mal alle mitnehmen ich weiß ja nie so, wenn ich jetzt drei Feuersteine hoch davon drei Stück oben ein Buchstein da einen da Basismaschinenhülle und einen elektrischen Schaltkreis und zup da haben wir schon mal einen zerkleinerer ja, ein Kompressor brauche ich auch noch und einen Extraktor auch was hat denn? ja, ich muss auf jeden Fall noch mehr Gummi haben und Eisen natürlich weil da kommen noch ein paar mehr Maschinen bei da waren noch lange nicht alle würde ich mal so sagen muss ja jetzt meine Eltern da machen könnte mal so langsam fertig werden der Krempel hier davon habe ich noch sechs muss mal so ein paar Planken machen hier doch ja das wird ein Hammer drauf kloppen bringt alle? wir machen halt alle ich ja nicht weg war oh ne da war ich da mal nicht so viel davon das war da mal 16 von überall so so noch zwölf Stück über so ich brauche nämlich noch ein paar von diesen ähm weiß denn die Dinger elektrische Schaltkreise ja da brauche ich nämlich ganz viel von bis machen wir besser so da nochmal da nochmal das ist schon praktisch bei 1.7.10 da man einfach so einen Knopf drücken muss und einfach so herziehen kann aber okay das reicht nicht ganz egal machen erstmal hier die man raus fünf stück immerhin ich mal etwas dann würde ich sagen machen wir noch so ein äh so ein Ding da brauche ich auch noch ein paar von noch mal ein Hammer das war der erste Hammer was nehme ich für Eisen nicht noch ab sonst äh so elf stück nur das sind meine Diamanten der Scheiß hier muss eigentlich auch mal weg den brauche ich doch auch gar nicht mehr kann ich ja besser eine Kiste hin machen wo ich mein äh ne wo ich mein Baugram da drin habe hier Maschine mal dahin oder zumindest das Zeug was ich nötig habe ich habe die ganze andere direkt mal weg so tun wir mal hier rein weil kann ich doch nicht mal brennen eigentlich das packen wir mal eben in die Steinkiste dann hat der paar Holz hier bei so Pfeile hatte ich glaube ich hier ein paar drin das auch da rein das da rein das da rein das da rein komm alles rein na das mal langen das auch ähm den Dreck den verkaufen wir mal eben nicht eh noch im Weg rum so ich könnte ja eben schon mal mich zum äh spawn porten ein späne 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 für meine Energie und dann nehmen wir hier hm ich nehme mal den die sind eigentlich besser im Endeffekt macht das nichts aus die sind nur teurer viel Geld habe ich noch mal gucken 310.000 okay äh 25 50 100.000 2 3 4 so 8 von den Dingern das soll erstmal reichen und ich müsste auch diese Glasfaserkabel machen mach ich die denn nochmal ich meine zwei Diamanten und Glas und jetzt auch noch ein Silberstaub dabei ach hei je so wann muss man dann da Silberstaub bei machen und Energium Staub scheiße was sagt denn jetzt wieder ey oijjee Diamantenstaub jetzt doch ein Staub jetzt doch ein Staub ein Zerstoßer was ist das denn Oh man Das hätte ich jetzt nicht gedacht Anreicherungskammer Was hat denn Mechanism Da muss er auch anders Silberstaub kriegen Mechanism Mühlenstein Ja Den kann man ja auch noch bauen Mühlenstein Das geht natürlich auch Machen wir das doch erstmal Mühlenstein Mühlenstein